In einem vorherigen Video haben wir euch bereits die Hintergründe und Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 1929 vorgestellt. Mit einer solchen Krise geht stets ein gravierender wirtschaftlicher Abschwung einher, auf den Staat und Politik in unterschiedlicher Weise reagieren können. Und da kommt dieser Herr ins Spiel. Einer dieser Möglichkeiten stellen wir euch in den kommenden Minuten vor, ebenso wie die ihr zugrunde liegende Wirtschaftstheorie. Wir wollen mit euch klären, was es mit dem Keynesianismus und der antizyklischen Wirtschaftspolitik auf sich hat. Viel Spaß! Beim Keynesianismus handelt es sich um eine der beiden bedeutendsten Wirtschaftstheorien des 20. Jahrhunderts, die in den 1920er und 30er Jahren vom britischen Nationalökonom John Maynard Keynes entwickelt wurde. Im Gegensatz zu zahlreichen Ökonomen seinerzeit spricht sich Keynes für ein steuerndes Eingreifen des Staates in die Marktwirtschaft aus. Dadurch soll ein großer Teil der Bevölkerung am erwirtschafteten Wohlstand teilhaben können und der Beschäftigungsgrad, also der Anteil der arbeitenden Bevölkerung, möglichst hoch gehalten werden. Als entscheidender Faktor der wirtschaftlichen Situation des Landes gilt im Keynesianismus die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Diese wollen wir uns einmal genauer anschauen. Sie umfasst alle Aspekte der Nachfrage, die in der Wirtschaft vorkommen. Beispielsweise das Verlangen eines Privatkunden nach Nahrungsmittel und anderen Konsumgütern oder das Interesse eines Unternehmens an Investitionsgütern wie zum Beispiel Maschinen oder Werkhallen, die zur Produktion von Gütern nötig sind. Folglich bestimmt laut Keynes in einer Wirtschaft die Nachfrage, welche Angebote notwendig sind. Sie ist nachfrageorientiert. Allerdings ist die gesamtwirtschaftliche Nachfrage instabil, das heißt, sie verändert sich stetig. Aufgrund von Ängsten und Unsicherheiten bezüglich der Zukunft geben weder Privatpersonen noch Unternehmen alles Geld aus, das sie erwirtschaften. Durch dieses Geld, das nicht in den Wirtschaftskreislauf reinvestiert, sondern zurückgehalten wird, entsteht eine sogenannte Nachfragelücke. Aus dieser Nachfragelücke resultiert dann die Arbeitslosigkeit, da das Geld fehlt, um theoretisch alle Menschen wirtschaftlich sinnvoll beschäftigen zu können. Ebenso wie die gesamtwirtschaftliche Nachfrage schwankt, schwanken auch die Investitionen, insbesondere die der Unternehmen und somit auch die Anzahl der Arbeitslosen. Gesamtwirtschaftliche Nachfrage und Beschäftigungsgrad sind bei Keynes also direkt miteinander verbunden. Doch was ist nun an Keynes Theorie so besonders? Und was hat es mit der antizyklischen Wirtschaftspolitik auf sich? Um das zu verstehen, stellen wir uns einmal vor, wir befänden uns am Beginn eines wirtschaftlichen Abschwungs. Die ersten Firmen vermelden Verluste oder müssen schließen. Ersten Angestellten werden die Löhne gekürzt oder sie werden in Kurzarbeit geschickt. Wenn das geschieht, sinkt automatisch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, da erstens die betroffenen Unternehmen und Angestellten plötzlich weniger Geld haben und somit weniger investieren oder kaufen können. Zweitens breitet sich unter anderen Unternehmen und Privatpersonen die Angst aus, dass sie von dem sich anbahnenden Abschwung in näherer Zukunft ebenso betroffen sein könnten. Auch sie geben folglich vorerst weniger Geld aus, sondern sparen es, um sich abzusichern. Somit sinkt die Kaufkraft der Menschen, wodurch die Unternehmen weniger verkaufen können als bisher. Ihre Einnahmen schrumpfen und sie können einige Angestellte nicht mehr bezahlen. Mehr und mehr Menschen werden entlassen, die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Je mehr Menschen arbeitslos werden, desto weniger Menschen können die produzierten Waren einkaufen, die Nachfrage sinkt weiter. Es entwickelt sich ein Teufelskreis des Abschwungs, es kommt zur sogenannten Rezession. Um zu verhindern, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und die Wirtschaft gravierenden Schaden nimmt, was massenhafte Arbeitslosigkeit und einen stark sinkenden Lebensstandard vieler Menschen zur Folge hätte, muss die Politik handeln. In der Weimarer Republik beispielsweise versucht es die Regierung während der Weltwirtschaftskrise mit einer sogenannten Deflationspolitik, einem knallharten Sparkurs, um die Staatsfinanzen stabil zu halten und keine Schulden zu machen. Die eigene Wirtschaft sollte sich gesund zuschrumpfen, da angenommen wurde, dass die starken Unternehmen die Krise selbstständig überleben würden. Dies hatte jedoch die Folge, dass sich der Abschwung, wie soeben beschrieben, selbst mehr und mehr verstärkte und Millionen Menschen arbeitslos wurden. Um diese fatalen Auswirkungen zu vermeiden, fordert Keynes ein anderes Vorgehen. Er schreibt dem Staat die Aufgabe zu, stets entgegen der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung zu handeln. Was sich im ersten Moment widersprüchlich anhört, funktioniert in der Praxis folgendermaßen. Während eines wirtschaftlichen Aufschwungs und des daraus resultierenden Booms sind laut Keynes die Steuern besonders für Unternehmen und Großverdiener zu erhöhen. Dadurch wird erstens einer wirtschaftlichen Überhitzung des Marktes vorgebeugt, wie es in den USA vor der Weltwirtschaftskrise mit dem Aktienmarkt geschah und zweitens bleibt für den Staat Geld übrig, das er in der Krise einmal brauchen wird. Wenn es dann zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommt, ist es die Aufgabe des Staates, die daraus resultierende, mangelnde gesamtwirtschaftliche Nachfrage auszugleichen. Der Staat investiert das in der Hochphase eingenommene Geld beispielsweise in den Straßenbau, die Sanierung öffentlicher Gebäude oder das Schienennetz und erteilt somit den Unternehmen die dringend benötigten Aufträge, um weiter Geld zu verdienen. Somit werden auch die Entlassungen verhindert, die sonst für die Unternehmen nötig gewesen werden. Da die Angestellten nicht entlassen werden müssen, sind sie weiterhin in der Lage, Konsumgüter zu erwerben, ihre Nachfrage nach Lebensmittel, Kleidung und anderen Waren bleibt also bestehen. Neben den Direktinvestitionen des Staates fordert Keynes zusätzlich, in Phasen des Absprungs die Steuern zu senken, um den Unternehmen trotz der wirtschaftlich unsicheren Situation das erneute Investieren zu ermöglichen. Falls das während der Hochphase durch Steuern eingenommene Geld nicht ausreicht, um den Absprung abzufangen, fordert Keynes die Bereitschaft des Staates, Schulden aufzunehmen, um die Wirtschaft zu retten. Die aus einer ungebremsten Rezession resultierenden gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen müssen, so Keynes, unbedingt verhindert werden. Die besonders aufmerksam unter euch haben bereits durchschaut, warum dieses Vorgehen als antizyklische Wirtschaftspolitik bezeichnet wird. Der Staat agiert hier stets entgegen der aktuellen vorherrschenden wirtschaftlichen Entwicklung. Wächst sie, erhöht der Staat die Steuern, um ein zu radikales Wachstum zu vermeiden. Kommt es hingegen zum Absprung, investiert er Geld, um dies abzumildern und die gesellschaftlichen Auswirkungen bestmöglich zu vermeiden. In der Praxis war der Keynesianismus übrigens besonders in den 1960er und 70er Jahren vorherrschend und wurde in verschiedenen Ausprägungen in fast allen westeuropäischen Staaten umgesetzt. Auch in der Bundesrepublik bestimmte diese Theorie eine ganze Weile das wirtschaftspolitische Geschehen und wurde 1967 sogar in einem Gesetz verankert, das bis heute gilt. Falls ihr wisst, um welches Gesetz es sich dabei handelt, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung.